Tennos, jetzt bin ich endlich beim C4 Augment Vortex Sturz angelangt und das Augment ist eine Verbesserung unserer Sturzbombe. Alle Gegner, die sich bis zu 12 Meter vom Einschlagspunkt entfernt befinden, werden zu diesem herangezogen. Die Beschreibung sagt alles, auf diesen Mod wirkt sich nichts aus. Das heißt einfach hochfliegen, runterstürzen, fertig. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal schön kurz und knackig. Wir fliegen hier hoch, machen unsere Divebomb und es passiert irgendwie nichts. Ah doch, die sind jetzt zu uns herangeflogen gekommen. Ob man das wirklich braucht, ist fraglich, aber es ist witzig.